Warum ist es so schwer? Zeig sie wie Courage Du hast Angst, dass was passieren kann, mach dir keine Gedanken Es könnte schlimmer werden, wenn wir nicht schnell genug handeln Was könnte schon noch passieren? Zeig sie wie Courage Wenn du siehst, dass etwas nicht stimmt und jemand Hilfe braucht Musst du handeln, du bist nicht allein, steh auf Warum ist es so leicht wegzuschauen, wenn jemand wirklich Hilfe braucht? Es ist traurig zu sehen, am Bus zum Baden Wenn jemand Hilfe braucht, bleibt jeder stehen Wir stellen keine Fragen, warum, weshalb und wieso Uns setzt man ja in Ruhe und deshalb sind wir froh Nein, ich zeige keine Angst, ich helfe auch, wenn ich helfen kann In dieser Welt läuft irgendwas falsch, denn das kann es nicht sein Die meisten Ausreden, die ich leider kenne, mir fehlt die Zeit Zeit, wozu? Zum helfen ist Zeit genug Was wäre, wenn wir in der Klemme stecken und haben Angst? Wir wünschen und sehen nichts, dass auch einer helfen kann Also bleib cool in jeder Lage, hab keine Angst und zeig allen deine Zivile Courage Was wäre, wenn wir in der Klemme stecken und haben Angst Wir wünschen und sehen nichts, dass auch einer helfen kann Also bleib cool in jeder Lage, hab keine Angst und zeig an deine Zivilcourage Ich hatte Gott sei Dank noch nie ein Problem Heißt für mich aber nicht, dass ich bei anderen nur zusehe Es gibt zu wenige von uns, ich freu mich nur warum Wenn was passiert, bleiben die meisten aus Angst einfach stumm Man kann viel verändern, wenn man den Mut dazu hat Ich weiß, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen Angst hat Wir müssen anfangen, damit andere mitziehen Lass dich zu, dass viele nur zusehen Jeder denkt dasselbe, keiner hat den Mut, dich's auszusprechen Wir haben Angst, doch würden wir ja gerne helfen Ich will keine Mitleid, wenn jemand Angst hat und weint Wie kann man als Mensch bei sowas so kalt sein? Nicht jeder ist ein Held, ich weiß, auch wenn man sich hören mag Jeder kann ein Held sein, nur für einen Tag So geht es nicht weiter, mach die Augen auf Irgendwo gibt's immer jemanden, der Hilfe braucht Was wäre, wenn wir in der Klemme stecken und haben Angst? Wir wünschen und sehen nichts, dass auch einer helfen kann Also bleib cool in jeder Lage Hab keine Angst und zeig ein Deine Zivilcourage Was wäre, wenn wir in der Klemme schlägen und haben Angst? Wir wünschen und sehen nichts, dass auch einer helfen kann Also bleib cool in jeder Lage Hab keine Angst und zeig ein Deine Zivilcourage Uhmização Gulosverlofer Gulosverlofer Vielen Dank.